reicht es für einen schlag ja dann reicht es auch für einen stich schuss eisattacke tot gut das müsste der letzte gewesen sein hoffe ich mal und jetzt gucke ich mal kurz hier hoch hier ist glaube ich auch was aufgegangen ja genau hier war ein pilz genau da war glaube ich der eisheini mit einem schleim hinterher gesperrt sind glaube ich vier oder so schleime frei gekommen durch das ganze so komm her ouch ja komm critical sind immer gut du willst mal eine flinte mit über 100 schuss geht das ja das auch ein bisschen die rumme benutzt so auch wenn er ständig daneben schießt ich glaube ich gebe ihm mal was vor dem geschicklichkeit zeug also vor der geschicklichkeit rüstung dass er höhere treffsicherheit hat so komm ruhig hier obwohl so oft schießt er gar nicht daneben hat die waffe eigentlich hier wird special ich war das feier arm range 3 zur zeit naja soweit so gut ich sehe keinen grünling mehr ich sehe auch hier nichts mehr gut okay die krankheit hat doch nachgelassen gut zu wissen so schlüssel noch mal kurz hier runter den käse einsacken wir müssen nämlich sparsam sein mit unserer nahrung auch wenn du noch ein bisschen hast so da kannst du den leeren sack mal haben hier sind nur rezepte drin dann sortieren wir mal ein bisschen und das licht geht aus deswegen stehe ich mich mal hier ins licht so rezepte da rein das da rein restliches zeug kann hier rein so gut und du machen es nicht du hast jetzt das gesamte essen bei dir du hast nichts mehr zu essen bei dir nein food pushen wäre nicht schlecht oder zauber um essen zu herbeizurufen sowie sind dann schon master mal war so ich hoffe mal dass es hinter dieser tür dann noch essen gibt weil wenn ich müssen wir irgendwann mal zurück an den strand und hoffen dass dort schildkröten respawn sind und dann schildkröten jagen gehen obwohl wir können sogar jetzt schildkröten im fluss jagen da ich ja diese eine waffe habe die harpune falsche richtung aber ich hoffe einfach mal dass wir wieder auf waage oder sowas stoßen ihr habt ketten gell ja gut dann ziehe ich mich wahrscheinlich im notfall dort zurück oder ich ziehe mich in diese richtung zurück genau kommt ruhig her kriegt ihr was auf den deckel so einer ist schon mal weg zum glück sind skelette nicht so intelligent hebel umzulegen sonst hätte ich jetzt hier an der stelle ein problem oder ich lasse ihn einfach runterfallen die sind schon mal weg da sind zwei von den jungs das ist kein zauber jedenfalls kein hier wird gekannter oh nebenbei jetzt wäre es mal ein guter zeitpunkt das hier auszuprobieren fizzle kann ich das stasefeld immer noch nicht so stannen so ich weiß es ist gestante gegner langsamer so einer ist weg wird noch der andere so der ist auch weg die ihre ausrüstung brauchen wir nicht du brauchst aber was zu essen hier ist mal ein stück käse so kristall hat sie schon wieder regeneriert bei jungs die agt kommt ruhig her die gehen intelligent vor die warten darauf dass ich in ihre flanke gehe dass sie dazu schlagen können und jetzt weiß ich was ich gehört habe keinen blauen kristall sondern einen power gem das ist gut die brauchen wir ja noch wow ihr macht immer noch verdammt guten schaden also ja ist gleich schon doch schwer da ist das fast schon normal ah das war nicht so gut tschüss obwohl hier kann ich noch tanzen so jetzt kriegt ihr beide nochmal schaden gut das wird nichts bringen deswegen schieße ich jetzt einfach mal so gut gut einer ist weg sehr schön und wir haben die nächste die hungrig ist äh gib mir mal was das ging zum glück daneben das auch sie treffen uns also nicht mehr ganz so gut wie sie es früher mal taten das ist wenigstens etwas so 13 pfeile hier ist gar nichts hier ist ein paar power gem so äh mach mal die kiste zu du ist mal den fisch du bist noch grün was die nahrung angeht so nächster weg nach unten bevor ich mich da ins ähm unbekannte stürze lp 037 komme ich jetzt dann in den hamlet scheint fast so ähm falscher weg und abwärts nein ich bin immer noch in den ich bin in den archiven oh sehr schön hamlet of stormbridge sewer access essen wind wind gate to surface auch nicht schlecht und die archive ich trau dem braten nicht ja ich trau dem braten definitiv nicht ist noch was anderes aufgegangen nein gib mal eine fackel her also wir haben hier das wind gate zur oberfläche wo das ist zu weit zu nah dran ok dann mache ich hier mal eine markierung zu den archiven so gehe ich wieder hier runter hamlet stormbridge sewer access da oben wäre ein blauer kristall und ich müsste jetzt in den sewers sein pilz und ich höre schon wieder solche stachel fallen ok was steht hier so exit east ah ja gleich ein rezept nämlich so was steht auf dem rezept wage potion bloodwrap cap die eigentlich wichtig sind und ein falcon sky also die die heilungspflanzen ok hamlet of stormbridge schildkröten also die gegend scheint mir schon mal zu gefallen zu können aber ich muss auf jeden fall noch mal runter in die archive gucken so das bedeutet nämlich essen und essen ist gut das ist sogar sehr viel essen und ja wir sind wieder am strand angekommen na komm gegen euch benutze ich mal keine magies oh das ist ja putzig wie wenig schaden ihr macht so essen oh da hinten ist noch einer ei nicht doch weglaufen so ei noch ein ei und ihr seid definitiv zu überladen ja weil du halt die schwere hose mit ihr rumschleppst ok das müssen wir auf jeden fall ändern gehen was für eine potion eine health potion ok ich mag den hamlet schon mal so äh wieder zu viel gewicht und ich höre ziemlich viel zeug rumlaufen äh lichtzauber geht mal wieder zur neige so wieder etwas näher ran ok hier ist ein interessantes gebiet knopf knopf schatztruhe munition knöpfe richtig 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 ok also richtig 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 falsch richtig 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 falsch richtig 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 secret found wir haben zwei schlüssel bist du wieder eine mimik nein tom of energy map okay eine map die sollten wir auf jeden fall aufheben die kann man damit rein tom of energy